Diese hier zum Kauf angebotene 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in Bad Kohlgrub. Das Objekt wurde 1998 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 74 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 158.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung. BR 2018